Moin und willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile Atlas of Worlds. Ja, ich bin jetzt mit der SRS Witch bis hierhin, Akt 2 Endboss gerannt. Ich habe gestern ja den Livestream noch ein bisschen gefüllt mit Path of Exile. Und da sind wir anfangs Akt 1 gewesen bis Mitte Akt 1. War leider nicht so viel, weil ich nicht so gesund war. Ja, jetzt ist 5.17 Uhr morgens und ich nehme jetzt mal schon mal auf. Ja, Minim Damage. Agilität ist wichtig, sehr wichtig. Hm, jetzt muss ich das auch hochstufen. Also der Bild gefällt mir richtig gut, der andere ist halt so squishy. Kann ich leider nicht viel machen. Momentan. So, ich zeigen geht nicht so viel. Kann zwar mit ihm lowere Maps machen und so weiter, aber das ist doch langweilig. Jetzt machen wir die, damit wir ganz viel MFs decken können. Und ja. Schauen wir mal, gell. Ich habe übrigens die kleinen Totenköpfe mit Minionspeed hochgepusht. Gut, Schnelligkeit bringt schon ein bisschen, nur etwas. Das Ding bringt nicht so viel Minion Damage. Wenn sie da einfach zu langsam sind und dann nur ab und zu plumm viel Schaden machen, ist Schnelligkeit doch besser am Anfang. Wenn auch nicht die Gegner so fetzen wie es nicht mehr geht. Können wir dann umändern, wenn wir oben beim Boss sind. Okay, hier ist er noch. Weil ich so eine schnelle Tech Speed habe, also Minions, äh, quasi Casting habe, ist eigentlich relativ gut mit dem Vorauscasten. Später gibt es dann natürlich noch bessere. Können wir noch mehr haben und dann auch Spell Echo haben. Jo. Aber eben der Bild ist ja auch berühmt, dass er sehr schnell stärker wird. Aber man muss halt bis dorthin kommen und ich habe ja gute Items relativ. Natürlich nicht das Optimum, überhaupt nicht das Optimum, aber es geht gut mit Levin, so zu sagen, oder? Ja. Also gehen wir den Siegen. Ah, da ist noch ein Gelber. Hey, Kerl. Ja, den musst du angreifen, genau. Danke. So, prima. Da oben ist nichts mehr. Gut. So, jetzt haben wir hier mal den Boss. Ah, also Casts geht auch hoch. Gut. Ah, den habe ich nicht dabei. Der Scream Ground muss ich und hier rüber tun. Ah. 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 So, prima. Und komm raus. Jetzt. Töten. Schnelligkeit. Echt den fetten Castspeed. Fast der schnellste Bosskiller. Ah. Sehr schön. Leider hat er nichts getroppt. Wir müssen bis Level 30 warten, bis wir den Trunk, den MF-Trunk, benutzen dürfen. Hm. Geh auf. Ich bin der Sesam. Öffne dich. Sofort geht es auf, wenn ich sage, geh auf. Ja, hallo. Dankeschön. Ja, die nerven gar nicht so viel mit dem Bild. Ist schön. Muttering Essence of Ancient. So ein Bild brauche ich, wo man gar nicht muss, so richtig Konzentration haben. Einfach nur Chaos messen. Das wäre meine Krankheit einfach am besten, aber also ja, nur momentan einfach recht schlimm. Sollte aber hoffentlich bald besser wieder gehen. Man weiß ja nie. So lebenslänglichen Krankheiten, sozusagen. Das ist meist nie das, was man denkt. Okay. Mike brauchen wir auch. Ah, die gibt es jetzt. Ah, der kommt auch. Genau. Sehr schön. Gut. Das ist Level Up. Und schnell weiter. Ja, prima. Ich habe übrigens den Stab von der anderen Witch genommen, mit Cast Speed plus 10 und ähm ja noch ein paar Sachen einfach reingelegt in die Kiste. Mal gucken. Einfach tägliche Quests mache ich jetzt mit der und sonst ja, vielleicht mal ein bisschen mehr MF oder so. Ja, hier hat der Feral Lord. Das müssen wir noch machen. Jetzt haben wir nichts mehr. Schade. Dann machen wir das gleich mal, gell? So. Also, äh hast du irgendwas Neues? Ja, nur die Toten Wachen. Weiß ich nicht mehr. Aber Junkpile ist neu, oder? Der Kran ist neu. Hm. Zyklon. Also, verkaufen wir Sachen. Den können wir benutzen. So etwas wäre halt gut, aber ist schwer, ihn zu zocken. Nein, nein. Der ist gut. Das beide Ignite Ding haben. Schutz. Schon gut. Der da. Oh. Stark, stark. Prima. Den hierhin. Den hierhin. Also, der Reis Minion Zombie, den lasse ich hier für den nächsten Bild. Und, die Tränke mache ich irgendwie hierhin. Hier. Für den nächsten Charakter. Ah, jetzt haben wir so, hm. Ja, leider nur Schwache. Ach, Mist. Und zwar, nein, für die Unix noch. Aber hier, 15 Moment Speed. Möchte ich doch schon mitnehmen. Ja, Flash Offering für Ah, Frost war Clarity für Hier den. So. Hm. Ja. Und sonst. Ist halt nicht viel. Mehr. Ach, Menno. Also, dann die da. Haben wir jetzt neue. Ist wahrscheinlich hier her. Ja. Und sonst. Hier noch. Ja, da muss ich leider rüber. Ich kann den so einfach hierhin tun. Gut. Also, Sao von Forest. Das ist hier. So, wir casten. Äh, Clarity. Hm. Da könnte es sein, irgendwo. Ich mag es, glaube ich, alle töten. Naja, ich muss alle töten. Deshalb ist gut, dass ich jetzt hier nach Sweden zuerst gegangen bin. Sonst müssten wir alles zurücklaufen. Das sind auch noch. Aber schön, dass die markiert sind. Ah, ich merke es, dass ich noch ein bisschen kränklich bin. Schade. Aber bitte nefft euch nicht damit. Das geht mir auch sonst gut. Aber eben, wenn diese Symptome immer rauskommen und... Äh. Die Schwächen die ganze Zeit ist das auch nicht so gut. Also, let's playen. Haha. Let's playen, muss ich denn das auch. Naja. Weg damit. Das ist nervenzägender. Und regle. Regle, regle. Wir sind es alle jetzt, hoffentlich. Soll nicht so viele sein eigentlich. Ja. Ja, prima. Jetzt gehen wir noch kurz durch. Und dann Akt 3 weitermachen, hm? Oha. So viele plötzlich. Ja. Schön. Ja, das lohnt sich dann, glaube ich, auch. Eine Unikatenus, so etwas bekommen wir. Ähm, Sieg. Haben wir nichts. Oh, ne regle. Zwei haben wir jetzt. Schön. Also, prima. Dann gehen wir los. Akt 3. Ich bin eben noch mal wieder. Ich werde nachher noch mal schlafen. Ich muss noch Minecraft aufnehmen. Also. Gehen wir unten durch. Ja, da werde ich wahrscheinlich Minecraft danach aufnehmen. Also, ich habe etwas zum Hochlauen. Überall diese blöden Käferi. Ich werde nachher zurück. Töne. Ich werde nachher. Hey. So geht's doch schneller Boah, ich sehe fast nichts mehr, so schnell alle sind Explodiert's doch Doch, der Geist wäre hier gewesen Scheinbar nicht Falschen Skill natürlich Na, habt ihr Würmchen getötet hier? Ja, ich will hier rein Ja, hier geht's weiter hoffentlich Ah, das war ich Vielleicht geht's doch weiter Manchmal geht's schon weiter Okay Ah, nein, geht nicht weiter Oh, das Gläsblowsbubble Wir könnten den grossen Trunk mal hochstufen als erstes Der MF-Trunk Aber ich glaube, das tut nur live hoch machen, oder? Muss man denn mal schauen Also, wo ist jetzt dieser Scheißweg? Da unten? Nee, oder? Gassenzocken Ist das wirklich hier? Dankeschön Eieieieiei What? Ich komm nicht mehr draus Das ist ein Wal Okay Hier einfach mitten im Weg Gut Ich brauch unbedingt zwei Walhursts Sogar noch mehr eventuell Weil wir die hochstufen müssen Mit Wal Na ja, können wir ja gar nicht mehr Aber auf jeden Fall viel Ja, da geht's mal nicht weiter Ja, da geht's mal nicht weiter Und das wäre ein komisches Level Ist angeteased vom Warenhaus Ich komm da nicht drüber Ich komm da nicht drüber Ey, gibt's das? Da rein Komisch, komm, ist gut Ja 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 Chains Das sieht nicht gerade gut aus. Dafür haben wir unsere Skulls. Rein mit euch! Ah, die Samba-Skin. Haben wir jetzt auch einen Chiefman-Adaptation? Ja, die haben wir schon. Rain of Arrows. Ja, ist nicht so gut. Es gibt nur Festhaken, die Gegner. So sie sich nicht mehr bewegen können. Naja. Schade. Also gehen wir weiter. Also ich brauche wahrscheinlich keinen Cast Speed momentan. Dann tue ich mal runter gehen auf Duration. Das ist mir irgendwie ein bisschen wichtiger. Ich brauche noch ein bisschen Erfahrung. Ja, aber ja. Ist auch wegen dem Mano besser, wenn wir jetzt runter gehen. Zu den Minion Damage eher zuerst. Und dann Duration. Ja. Also ich gehe jetzt hier runter. Zu den Minion Damage. Also unten durch. Und dann hier. Skill Effect Duration. Element Elequibrium brauchen wir noch längere Zeit nicht. Da müssen wir dann später umskinnen. Wir machen nicht zwei Damage. Momentan noch. Wir brauchen auch die Haralds. Einer nicht die Haralds. Die andere. Die Elementar Aura Damage. Dafür. Ah, jetzt machen wir hier mal schnell durch. Das ist zum Aufregen. Vor allem das Geschrei. Ja, danke. Dankeschön, Dankeschön. Hat mir Spaß gemacht nicht. Ja, toll. Ibra hat's vorher jetzt sauber. Weg damit. Weg damit. verlaufen noch Jones. Vielleicht vorher ist es Maschen und bewusst. Johannes, weg kurz. Weg damit, digital Wege. Genau, wir sind rote den goes. Weg. Weg! Ja, jetzt sind wir hier. Hm. Ich brauch nur Petey. Ich will Petey besügen. Auch wenn wir es nicht können, wir wollen es. Jetzt schon machen. Ah, der Heightbeat. Dankeschön für das Feuersturm. Ich mag mich einsetzen, aber mich juckt das nicht. Ja, ist auch nichts. Manchmal schon verwirrend, dieses Dungeon. Ja, 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 ja. Mach das. Prima. Los. Tschüss, tschüss, Petey, geh weg. Dankesee. Jo, das war's mit diesem Part. Dankeschön fürs Zuschauen. Geh noch kurz in die Stadt. Quests abgeben. Ja, eben. Wenn's mir wieder besser geht, dann gibt's auch wieder bessere Parts, aber eben. Sonst ist es halt nicht so gut möglich. Hm. Das müssen wir irgendwie haben für den Pet. Aber es wird nicht empfohlen. Also, es wird nicht gesagt. Hm, komm. Ich muss sie doch hinweisen, dass sie zum Beispiel den Boss angreifen müssen und nicht die Minions, die im Noon sind und so. Ist doch richtig. Hm. Naja. Ich mach mir nur Gedanken. Naja, dann sehen wir uns im Livestream wieder oder sonst irgendwo. Eben in einem nächsten Part. Und bedanke ich mich fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss. 飛-past幾 wpf. 權lässig. Wenn's bei 24.